Hallo, es ist nach 1286, herzlich willkommen zu Assassin's Creed China zu Part 16, jetzt gibt es ja weiter, wo wir aufgebaut haben. Jetzt lauf, ey, meine Güte hier. Manchmal hat sich dieses Bild rumgespacke hier, manchmal hat sich das jetzt langsam glücklich. Wenn hier überhaupt nichts funktionieren möchte. Äh, ja. Wisst ihr was, nervt mich jetzt nicht. Ey, Leute, lass doch regt ihr mich gerade auf. Langsam regt ihr mich gerade auf, ihr kleinen Missgeburten, Alter. Lass doch regt ihr mich wirklich so auf, Alter, mit eurem Scheiß. Ja, du hast erschlagen, Alter, das geschieht so richtig, Alter. So. Junge! Ey, sorry, aber wirklich, lass ham. Lass ham, würde es echt blöd, wenn es sich so schnell, ey, so schnell kann ich doch kein Feuer ausbreiten. Was ist das? Klar, klar, als ob sich so schnell ein Feuer ausbreiten kann. Nee, ist klar, ist klar. Kommt der Axt, Alter. Klar, Alter. Ey, Leute, ey, jetzt verarscht ihr mich, jetzt verarscht ihr mich jetzt gerade langsam ein bisschen. Jetzt verarscht ihr mich aber. So schnell kann sich doch kein Feuer ausbreiten, Alter. Was soll der Scheiß? Och, ja. Komm, egal, was du machst. Du machst alles falsch. Klar, komm. Ja, renn doch, Alter. Alter. Meine Fresse, ey. Klar, komm, Mann, Alter. Ich töte den, aber bin noch nicht mal ganz an der Wand und verreck gleich wieder. Ey, wie schnell breitet sich das aus? Ey, Leute, das ist echt eine Verarschung gerade, wirklich. Sorry, Leute, da muss ich sagen, das ist eine Verarschung. Das ist jetzt eine Verarschung gerade. Ja, komm. Nicht mal das, was ich machen soll. Ey, Leute, ernsthaft, das ist gerade eine Verarschung. Das ist eine Verarschung gerade. Das ist eine Verarschung. Ja, geht doch da rüber jetzt, Mann. Ich rette mich mal nach oben. So, jetzt. Klar, komm, Mann, Alter. Wenn ich die Scheiße jetzt nochmal machen muss, dann raste ich aus, wirklich. Weil dann habe ich die Schnurze voll, dann höre ich gleich auf. Weil dann habe ich keinen Bock mehr. Okay. Jetzt springe ich auch noch da rein. Wegen diesem Drecksfeuer. Weil das mir so nah dran war. Ey, das ist doch so langsam. Lauf, Alter, meine Güte. Ey, Leute, ernsthaft. Das ist nicht euer Drecksernst. Verdammte Axt. Jetzt. Ich habe doch gedrückt. Ey. Ernsthaft, lass auf, will mich das Spiel gerade verarschen. Lass auf, will mich das Spiel gerade verarschen. Ernsthaft, sorry. Klar, klar, klar. Ey, so schnell. Ey. Warum macht man ein Feuer so schnell? Ich raffe das irgendwie gerade nicht, Alter, wirklich. So schnell kann doch kein Feuer sein, Alter. Ja, spring, Alter. Spring doch. Ey, die ist so bescheuert, die Frau. Warum springst du nicht? Ey. Ey, das ist was, was mich so ankostet. Dass ich jedes Mal die Scheiße machen darf, nur weil es hier nichts macht, ey, wirklich. Entweder hüpft sie nicht, oder sie macht was anderes nicht. Ey, das nervt langsam, wirklich. Das Feuer breitet sich aus und die Olle hüpft nicht, ey. Ich hab doch keine Zeit, um da hoch zu gehen, richtig, Alter. Was soll das? So schnell, wie sich die Scheiße hier ausbreitet. Hör auf zu bremzen, meine Güte. Das ist so... Ey, ernsthaft, das ist... Das ist so eine nervende Aktion hier gerade. Spring doch einfach rüber, meine Fresse. Er springt doch jetzt. Ey. Das ist so ein Beschiss gerade, wirklich. Ich fühl mich gerade verarscht, wirklich. Ey, komm. Das macht keinen Spaß mehr, wirklich. Das macht doch keinen Spaß mehr, langsam. Wenn das Spiel eins... Er geht doch hoch, Alter. Okay. Mann, ich hasse... Ey, ich... Wirklich, ich hasse das Spiel immer mehr. Ich hasse das Spiel immer mehr, wirklich. Weil das einfach eine Scheiße ist, weil sich so schnell das Scheiß Feuer ausbreitet, was gar nicht gehen kann, eigentlich. Das... Das meine ich. Das meine ich. Ey, ich höre gleich auf. Noch einmal, ich sterbe. Ich höre auf, wirklich. Das macht keinen Spaß mehr, wirklich. Leute, wirklich. Ernsthaft, das ist eine Scheiße, wirklich. Das ist die größte Scheiße, was ich schon mal im Leben gesehen habe. Wirklich, Alter. Das ist der größte Dreck der Welt, Alter. Spring. 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 Geh. Ja, lass doch los, Alter. Ey, du bist so eine blöde Kuh. Weißt du das? Sorry, aber das ist so. Das ist so. Sorry, tut mir leid. Da kann man ja nichts mehr anders sagen dazu. Das ist... Die Frau, die ist so hohl. Schönen Dank auch. Kann ich die Scheiße wiederholen, Alter? Nur, weil es so behindert im Kopf ist. Geh doch hoch jetzt. Ey. Geht erst runter, dann... Ey, kommt, Leute. Das ist doch eine Scheiße, wirklich. Ey, ich höre gleich auf, wirklich. Das macht mir keinen Spaß mehr, langsam, wirklich. Ich höre sowas so gleich auf hier, weil das ist scheiße, wirklich. Das ist scheiße einfach. Weil die das nicht macht, was sie soll, dann fuckt die mich hier schon so derbs mit dem Scheiß hier ab. Okay. Springe eigentlich darüber, meine Fresse, Alter. Nein! Alter, geh doch mal dran jetzt! Ernsthaft, manchmal glaube ich, dass die mich echt... Manchmal glaube ich echt wirklich, dass die mich hier echt provozieren will, die Frau gerade. Klar, spring doch einfach in den Tod, du blöde Fotzen. Ey, sorry, dass ich am Ausrasten bin gerade, aber es ist so. Oh, Gott, sagen wir jetzt ab hier kann ich das jetzt spielen hier. Geh hoch, meine Güte. Geh hoch, meine Güte. Oh, spack hier doch nicht hier rum, Alter. Junge, warum spackst du rum, Alter? Ich hasse mich hier, wenn die da... Och, Leute. Ich hab springen gedrückt. Ey, ich weiß nicht, was die Entwickler mit dem Sch... Was die damit machen. Was die mit sowas, nämlich ist ja... Geh hoch jetzt. Ja, was machst du? Sprung doch an die Dinge hin. Leute, wirklich, das macht mich aggressiv gerade. Das ist was, was mich jetzt einfach wieder nur... einfach nur derbst, aggressiv macht, weil die so hohl ist, Alter. Geh hoch. Rüber. Geh doch hoch. Mach doch die Scheiße jetzt nicht hier, Alter. Was machst du? Rutsch durch. Ja, wieso geht ihr immer ein bisschen runter und dann geht sie erst hoch? Alter, was soll der Scheiß? Ey, das macht mich echt... Sorry, Leute. Das ist was, das mich jetzt gerade echt aggressiv macht. Gerade. Sorry. Das meine ich. Geh erst hoch. Kurz runter. Ja, geht doch hoch. Oh, mein Gott. Mann, oh. Ey, die will mich echt... Die will mich echt ärgern gerade. Es ist teuer, Alter. Die will mich jetzt echt gerade verarschen und mich hier gerade echt ärgern ein bisschen. Weil die so peinart im Kopf ist, ey. Hoch. Rüber. Geh doch keiner zur Wand. Alter. Blöde Kuh, ey. Geh rüber. Und spring. Danke. Geh rüber. Geh rüber. Geh rüber. Meine Fresse, ey. Vielen Dank.